Hallo meine Damen und Herren, heute wollte ich euch einen ganz, 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 ganz kleinen Mini-Hall zeigen. Das ist wirklich nicht viel. Dann zeige ich euch einmal. Einmal habe ich mir den... Hier, einmal den Base-Lack, eben hat den von Essence gekauft. Den Studio, einmal den habe ich mir geholt. Musste ich mal wieder haben. Und dann einmal habe ich mir, was ich schon seit langen, langen, langen suche und jetzt endlich habe, ist das Nail Art Designer Set. Einmal mit dem Pinsel. Ich mache den einmal auf. Ich kann darüber auch ein Video drehen, wenn ihr wollt. So, es sind einmal drei solche Schwämmchen hier einmal drin. Und dann haben wir einmal hier den Pinsel mit der Spitze. Ja. Habe ich jetzt noch nichts mitgemacht, aber... Ja, werde ich wahrscheinlich bald noch. Ja, mehr habe ich jetzt auch nicht. Das war mein Haul. Ja, und dann sehen wir uns ja mit einem Nageldesign-Video wieder. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß, was ihr auch immer macht. Und ja. Tschüss!